Ähm, kein Samen, Mist. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu voreilig hier mit dem, äh, Schluck auf mit dem Weizen. Moment, ich schau mal eben auf die Uhr. Ah, okay. So, und jetzt gehen wir hier mal unten in eine Höhle oder so. Wir machen irgendwas Spannendes, würde ich sagen. Was ist das für eine nette Klaviermusik, die hier spielt? Ah, ja, Moment. Komm, wir machen uns erstmal ein bisschen Rüstung noch. Wir haben jetzt ja mittlerweile ein bisschen mehr Eisen auch. Glaube ich, hoffe ich zumindest. Ähm, da oben, ja, 57, okay. Was haben wir hier, so ein Brustring, da machen wir uns mal eine Hose. So, und einen Helm vielleicht, oder haben wir einen? Nein, ich will nur noch mal sicher gehen, nicht, dass wir jetzt hier, hupsala, uns natürlich, ach komm, wir machen einfach mal komplett hier. Ach. Ein komplettes Set. Was soll denn der Geiz? So. Damit sind wir jetzt ganz gut gerüstet, würde ich sagen. Und können uns erstmal hier in der Höhle ein bisschen in die Luft sprengen lassen. Ach, guck mal, da waren wir, wir hatten da doch schon von einem Spawner was. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo das her war. Naja, ist ja auch egal. Gravel brauchen wir nicht. Den Dirt nehmen wir mal mit. Und, ähm, ja, Schleim kommt mal da rein. Das da kommt mal da rein. Das Zuckerrohr natürlich. Und die Brote nehmen wir mit. So. Hier war eine Schaufel. Da machen wir uns nochmal eine Schnellkommen. Ah, wo ist das Eisen? Bin ich blöd? Ach, ja. Ah, ich bin ganz offensichtlich ein bisschen blöd. So. Ähm, das kommt mal hier rein. Und so. Mein dieser entspannten, schönen Klaviermusik. Ah, ja. Okay, ich muss jetzt hier mal los, weil sonst pennen wir hier noch ein. Ich sehe es so. Komm, es ist auch jetzt gerade wieder mal ein bisschen später. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen länger aufzunehmen, damit ich hier mal ein bisschen... Alter, es ist ja auf einmal dunkel in den Höhlen. Oh je. Oh nein. Okay. Okay, also die letzten Shader, die sind schon sehr interessant, weil es jetzt hier verdammt dunkel ist. Und die Lichter sind dann verdammt hell mit dem Shader. Also es ist schon... Einschleim. Ich höre dich doch. Wo ist denn der? Ach, der war wahrscheinlich wieder oben an der Luft. Denn hier im Sumpf gibt es ja verdammt viele... Oh, wie... Alter, was war das denn? Der müsste da oben sein, ja. Gut. Moment mal eben. Ähm. Moment. Äh... So. Höhlenplaylist. Ich weiß auch nicht, von welchem großen Netzplayer ich die Idee mit der Höhlenplaylist geklaut habe. Äh, ja. Gut. So, ein bisschen Eisen kann uns ja auch nicht schaden, jetzt wo wir die Rüstung haben. Und alter, ist das dunkel hier. Ich muss da mal ein bisschen was ändern an den Shader noch. Noch ein bisschen einstellen, weil das hier geht echt gar nicht. Ich... Es ist zwar realistisch, aber... Ja, obwohl ich... Hm. Vielleicht lasse ich doch auch mal erstmal so. Ist schon geil irgendwie. Nur finde ich halt, ähm... Oh, warte. Oh, oh, oh. Hm, 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 hm. Puh, okay. Gut. Puh. Okay, jetzt wo wir die Rüstung haben, können wir auch mal ein bisschen mutiger sein vielleicht. Denn, äh... Da können uns auch die Creeper nicht mehr so viel anhaben. Aber ich finde, die neuen Shader sind schon sehr cool. Aber warum ist das jetzt hier hinten so weißer Nebel und hier so blauer Nebel? Ich weiß... Vielleicht, weil es ein anderes Biom ist. Warte mal, ich muss mal eben schnell gucken. Ne, es dürfte alles Sumpf sein. Hier ist, äh... Forest ist hier. Ach so. Und hier vorne ist dann... Äh... Plains. Da unten ein Zombie. Gut. Wir nehmen erstmal die Kohle mit und machen uns dann daraus noch schöne kleine Kohle-Pellets. Pressen wir uns. Oder Kohleblöcke natürlich. Joach. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen. Kohle ist sowieso... Da findet man jetzt doch so viel, dass man da überhaupt gar nicht mehr viel, äh... Suchen muss eigentlich. Okay. Hier unten ist dunkel. Oh, fuck. Okay. Alter, das ist schon krass hier mit den Shadern jetzt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Was ist das denn? Äh... Oh, Creeper. Ein ziemlich grünes Wasser. Das sieht auch cool aus. Okay, ich gehe erstmal wieder zurück hier, denn, ähm... Das ist mir jetzt gerade zu gefährlich. Warte mal. Hier hinten ist noch Eisen. Das nehmen wir mal mit. Hier hinten ist schon ausgeleuchtet. Ich bin ja... Ich muss sagen, ich wundere mich, dass hier noch keine Hardcore-Horror-Musik kam, denn... Ich habe da in der Höhlen-Playlist doch ein paar Sachen, die sind sehr, sehr schlimm. Habe ich das? Ja, gut. Oh, das hier könnte sowas sein. Ich mache mal ein bisschen... Lauter eben. Moment. An meinen Kopfhörern. Okay. Ne, das ist es auch nicht. Ich bin hier ein bisschen... Alter, was war das? Ähm... Okay, das hat gerade ein bisschen geleckt. Ich spiele jetzt ja auf dem Multiplayer-Server gerade. Denn, ähm... Ja, ich musste ja einen Server aufmachen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Mit dem netten Herrn Raziel. Und ich weiß nicht, warum es jetzt gerade so geruckelt hat. Ach, Minecraft eben. Das nervt schon manchmal, dass es eben... Gerade im Multiplayer immer so ein bisschen anfällig für Fehler und so ist. Das ist natürlich doof. Okay. Alter, könnt ihr mal aufhören? Das ist ja ein bisschen... Ein wenig, äh... Speziell. Upsala, das wollte ich nicht. So. Alter, die Höhle ist verdammt groß. Hab ich das schon? Ich muss ja mal einen hin. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber... Warte mal. Könnt ihr mal aufhören, das ist ja... Alter. Alter. Wie viel Schleim sind das denn? Das hört sich an, als wäre da eine riesen Family-Action hier. Alter, was geht denn da ab? Okay, warte. Shit. Jetzt komm ich da natürlich nicht runter. Muss ich mal tricksen hier. Trick 17. Okay. Das sieht schlimm aus hier unten. Ah, hallo. Nein. Nein. Oh Gott, Alter. Okay. Das ist natürlich auch sehr doof, wenn man hier... Ähm... Ach, jetzt kommen wir hier runter. Okay. Waren wir da schon? Sieht fast so aus, oder? Ach ja, hallo. Hallo. Jo, explodier du mal. Komm. Komm her. Tschüss. So. Ähm... Hier kommen wir jetzt runter, ganz leicht. Und dann... Puh. Alter, ist das dunkel hier. Mit der Musik, das ist... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, Pilze. Das ist schon besser. Das... Okay. Das hier ist jetzt so ein Horror-Song. Scheiße. Oh, fuck. Oh, ja. Das... Oh, ja. Ich will das nicht. Hallo. Komm her. Hey. Da läuft sogar der Zombie davon. Der hat auch Angst bekommen vor dem Horror-Song hier. Okay, warte mal. Oh, Gott. Ich muss noch mal ein bisschen leiser machen an meinem Kopfhörer. Ansonsten drehe ich hier noch durch. So, warte. Okay. Pilze sind gut. Pilze sind sehr gut. Denn... Die kann man auch essen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Falls ihr es noch nicht wusstet. Pilze kann man wirklich essen. Ich glaube es... Ich glaube es hackt. Ne, ich glaube... Ich kann es selbst kaum glauben, aber Pilze... Scheiße. Okay. Ja, fällt mir gerade so ein, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich denn beim nächsten Mal hier mal bequatschen soll im Minecraft-Let's-Play. Dann sagt es einfach mal. Falls euch irgendwas interessiert, falls ihr Fragen habt. Was ist das denn da unten? Und dann bin ich doch am Arsch. Okay, da hat jetzt... Guck mal, das ist jetzt gar nicht so schlimm gewesen eigentlich. Der hat hier nur unsere Brustplatte ein bisschen beschädigt. Okay, aber sonst ist alles noch sehr intakt, sage ich mal. Tja, aber war doch ein bisschen doof, dass der hier explodiert ist. Okay, okay. Kein Problem. Okay. Also, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Sachen, über die ihr... Über die ich mal hier mal ein bisschen reden soll, dann schreibt es in die Kommentare. Alter. Du Mistvieh. Du auch. Komm. Ich stör mal ein bisschen, danke. Okay. Ach, guck mal, eine Spinne. Hallo. Hallo. Ja, hallo, Spinne. Tschüss. Äh, keine Erfahrungspunkte oder so? Ach doch, da. Gut. Alter, die Höhle ist schon sehr krass. Du bleibst mal da unten. Ja, dann explodier halt, wenn du dich damit besser fühlst. Alter. Sack. Oh, Mann. Hier finden wir doch niemals wieder raus. Alter, geht das tief rein hier? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. Filze nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ich glaube aber die... Ach doch, die roten, die können wir jetzt sogar sehr gut gebrauchen. Und ich glaube im Sumpf, da haben wir jetzt eher von den... Äh, und meine Spitzhacke geht kaputt. Ähm... Ach, Mist, ich habe ja keine Spitzhacke mehr. Ja, natürlich gut. Dann gehen wir jetzt mal raus und gucken, dass wir hier erstmal unbeschadet rauskommen. Unbeschadet, meine ich. Und dass wir dann... Und dass wir dann... Ähm... Verdammt. Wo ging es denn hier raus? Und dass wir uns dann eine neue Spitzhacke machen. Verdammt, ging es hier hoch. Kamen wir hier her? Ich glaube schon, oder? Ach ja, jetzt haben wir hier wieder das Platschen. Okay. Ich glaube hier... Ach doch, da geht es raus. Gut. Ich muss hier mal ein bisschen Licht machen, weil hier sieht man echt null. Okay, schön schneiden. Ah. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Erstmal weg. Hallo. Okay, ich gehe jetzt mal wegschlafen, denn... Die Nacht ist jetzt gerade hier wieder... Ich merke es gerade, sie ist ja fucking dunkel, sage ich mal. Und die Lichter sind fucking hell, sage ich mal. Und dann sage ich auch mal gute Nacht, denn... Ja. Nö, da sind Monster. Ach, komm. Oh. Die tun noch nichts, komm. Ach komm, ey. Das gibt es doch nicht, Mann. Was soll das denn jetzt hier? Muss ich jetzt hier raus und Monster kloppen, oder was? Ist das dein Ernst, Minecraft? Muss ich hier wirklich raus? Muss ich rauskommen? Ja. Na gut, dann gucken wir mal eben... Oh. Fuck, 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 fuck. Nicht an unserem Haus, du Pimmel, du Pimmel, du Pimmel. Oh, Alter. Puh, eher ein weiser Voraussicht, habe ich hier auf dem Server mit dem Creeper Block-Schaden ausgeschaltet. Das heißt, die explodieren zwar, aber sie machen keine Blöcke kaputt, denn... Ja, es ist ein bisschen lame, aber ich finde es halt ein bisschen sehr nervig, wenn die... Ah, es geht gut. Wenn die Creeper dann das ganze Haus kaputt reißen oder so, da habe ich keine Lust drauf, muss ich sagen. Und hier... Ah, der Nebel hängt noch im Sumpf. Während wir hier aus dem Fenster blicken und morgens aufstehen. Ich mache hier mal noch so eine schöne kleine Ansicht für den... Für das Folgen-Thumbnail vielleicht. Mal gucken, die so vielleicht, ich weiß nicht. Oder so. So, und jetzt tun wir erst mal ein bisschen Schleimverkloppen. Oder erst mal was essen, warte, so. Und ich trinke mal einen Schluck. Moment. Und währenddessen laufe ich hier runter mit einer Hand. Warte mal, es geht da? Ja, es geht. Ah, lecker, lecker. Ah, lecker.